Ich versuche wegzulaufen. Mach ich. Boah, was für ein Film das gerade einfach war. Hast du gesehen wie viele Zombies da unten rumgelaufen sind? Das war ich nicht mehr normal. Läufst du da runter in die Lagerhalle oder was? Mhm. Guter Plan. Ich versuche jetzt die eine Jerrycan noch aufzufüllen. Dann kommen wir zurück zum Heli. Gucken, ob wir den jetzt gestartet kriegen. Du hast auch noch eine Jerrycan, ne? Mhm. Hast du hier alles abgecheckt? Ja. Oder was? Sind nur Betonmischer drin und zum Kack. Wie gesagt, ich bräuchte gleich mal eine Blood Transfusion. Kann ich dir gleich geben. Ich muss erstmal... Versuchen wir irgendwie... Kann man hier überhaupt in irgendein Gebäude rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde diesen scheiß Mainrotor jetzt haben. Jetzt haben wir schon so viel dafür verloren, dass wir ihn auch haben. Liegt der immer noch da? Mhm. Ich hab'n roten Ping. Ist nicht. Fuck. Ich hab' hoffentlich jetzt kein Disconnect hier mitten in dem Zombielager. Das wär' ultra-gay. Ich hab'n roten Ping. Ich hab'n roten Ring. Ich hab'n roten Ping. Ich hab'n roten Ping. So, jetzt aber schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein. Oh, Fail. Was für ein verkackter Fail, Alter. Komm runter, Peter. Okay, Jerry, keinen aufgefüllt, der Main-Rotor, hast du den? Hab ich jetzt. Okay, dann lass uns abhauen, komm, Profil, ich steh auf. Oh, Alter, das war ein Akt. Junge. Aber da fahren wir jetzt noch zwei Glasscheiben und so einen Scheiß. Oh, ziemlich cool. Pass auf, und jetzt brauchen wir den gar nicht. Egal. Dann haben wir den auf Reserve im Hubschrauber drin. So, wo wollen wir hin? Komm, wir gehen jetzt wieder hier links in die Büsche. Dann müssen wir jetzt erstmal ein Glasscheiben suchen. Ja. Ich konnte es jetzt mal gerade schon im Nachbarn zurück, da wo wir hin müssen. So, erstmal umräumen hier. Windscreen-Glas raus. Rucksack auf. Bloodback rein. Du bist ja mutig, tust du das ins Green-Glas raus. Ja, hilft ja nichts. Ich habe keinen einzigen Platz mehr frei. Ich kann nichts bewegen ohne... Server restart. Nein, schmerzen. Nein, nein. Danke. Gern geschehen. Okay. Auf geht's. Willst du hin? Mitte. Ja, die Richtung, Entschuldigung. Hat auch gecheckt. Wie diese Musik immer so abrupt aufhört. Da komme ich auch nicht drauf klar. Boah, Alter, das war ein Film. Jetzt haben wir fünf vollgepumpte Jerrycans, ne? Ich präpere jetzt mal die Glasscheiben und gucke mal, ob dann immer noch was ausläuft. Und wenn... Wenn ja, müssen wir halt noch ein paar Mal hin und her laufen. Hier, rauch mal hier in den Wald, Alter. Was denn? Rauch mal im Wald. Ja, ich bin schon voll unvorsichtig geworden. Ich wollte gerade sagen. Weil jetzt sowieso kein Arsch langläuft, aber das weiß man halt nie so genau. Das ist ne Spawnstadt, allein deshalb musst du aufpassen. Haben wir einen neuen Player? Ja, Logitech ist wieder drin, der letztens diesen einen Typen gekillt hat. Was killed by Logitech. Ich warst, ich warst killed by Logitech. Es ist immer die Frage, ob der gekillt worden ist oder ein Scheiß Logitech. Das coolste ist einfach, dass wir das auf Video haben. Das ist ja coolste. Ich warst, ich warst, ich warst, ich warst, ich warst. Vielleicht haben wir auch Glück und hier ist Auto-Refuel an. Ja, es ging auf jeden Fall. Ich musste, als ich den Kanister dran gesetzt habe, gar nicht. Also der hat gar nicht die Animation gemacht von wegen tanken. Sondern er hat einfach nur... Oder ist ein Zombie hier links? Sehe ich nicht. Ja, ne, der ist jetzt hinter dem Gebäude links. Aber du warst ja eh hier. Boah, hier auf dem Gelände, wo wir hin müssen, sind voll viele Zombies. Natürlich sind da viele Zombies. Ich bin grad am Rauchen. Boah, alter. Siehst du das? Ja, die haben dich schon gesehen, Mann. Hinter uns. Ich bin grad ganz langsam gegangen. Ach krass, hier ist ein Eishockeyfeld. Ich bin voll im Arsch. Ich laufe jetzt einfach da durch und laufe mal durch diese Halle hier durch. Gucken, ob ich hier damit ablenken kann. Solange ich jetzt keine Faust von einem bekomme, wenn ich meine Beine breche, ist das besser noch in Ordnung. So, hier ist noch nichts gespawnt. Oh doch, leere Dosen. Cool. Cool. Ich rieche jetzt einfach da rein. Dauert zwar zehn Jahre, aber was soll's. Ich bin gleich da. Ich muss nur die Leiter hoch, aber hier, verfolgt mich grad ein Zombie. Oh, da ist doch eh ne Lagerhalle, oder? Direkt daneben, da kann man doch einfach hinrennen dann. Ja, ja, da bin ich ja gerade drin. Dann sind da 50 Millionen Zombies. Ja, die Zombies sind alle gerade bei mir drin. Ich muss jetzt nur irgendwie schaffen, an dem hier vorbeizukommen. Was mache ich, wenn der hier in dem großen Raum drin ist? Wenn der sich mal ein bisschen beeilen würde. Okay, geschafft, ohne dass er mich schlägt. Jetzt muss ich nur die Leiter hoch. Du kannst aber wieder finden von dieser einen Ecke rein, wo du das Fahrrad gefunden hast, ne? Da geht man, da kann man auch hoch. Beziehungsweise rein. Oh, das war ich, Entschuldigung. Repair-Glas. Gier. Hier darf man, achso, ich muss ja jetzt das Gier in den, in den Helikopter rein tun, ansonsten ist das ja wieder weg, ne? Stimmt, ja. Also, Gier. Hat der Hubschrauber unendlich viele Plätze? Nein. Weil hier ist keine Anzahl, keine Begrenzung angezeigt. Hier steht keine Begrenzung, Alter. Hier steht keine Begrenzung, Alter. Hier braucht man Scrap-Metal, um das zu tun. Ein Helikopter. Ja, das sind wieder diese NVP-Helis. Siehst du sie? Ja. Kein Nameplate. Kann man die abschießen, manchmal kann man die unterholen, stimmt. Ja, klar. So, ich betanke jetzt mal den Heli mit meinen vier Jerrycans. Das ist doch hier, wo auch die vier Tanks stehen, ne? Ähm, nee. Doch, 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 ja, die vier, fünf sind das. Ja, oder fünf, ich sehe nur vier und dann die eine Aragerhalle, wo man einmal komplett durch kann. Und auf der Rückseite ist das, ne? Das große Gebäude, genau. Und hier ist eine Leiterung und Hochleiterung in der Ecke. Okay, ich komme da von der anderen Seite. Jo. Also von der nahrerischen Seite. Refuel. 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 Oh. Die fliegen hier an dem Geländer vorbei, die zwei NVC-Hubschrauber. Okay. Und wir haben ein bisschen Treibstoff drin. Warte, ich komme jetzt. Oh, da ist ein Zombie. Aber ich würde sagen, wir starten den noch nicht. Wir warten so lange, bis wir das Grab-Metal gefunden haben, oder? Weiß nicht. Kann man den kontrollieren? Warte, ich komme jetzt erst mal rein. Was ist die Frage? Ich habe ja jetzt hier noch den Main-Rotor und noch einen Jericam. Ja, ich glaube, Main-Rotor haben wir. Wir brauchen einen V-Rotor. Avionics, boah, diesen Status Null, mit dem kannst du nicht fliegen. V-Rotor. Kann ich reparieren? Mach mal. Ne, Scrap-Metal brauchen wir. Dann brauchen wir zweimal Scrap-Metal. Okay, der war tatsächlich useless. Ja, dann pack ihn einfach hinten ins Gear rein. Dann lass uns nochmal... Ich packe jetzt... Ich habe meine Jericams dabei. Soweit ich das... Was sind die hier, Mann? Hier vorne. Du musst hier vorne an die Tür. Ich packe mir meine vier Jericams in den Rucksack. Ne, ins Inventar. Ich habe wohl jetzt zwei in den Rucksack. Und zwei ins Inventar. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal die Lagerhäuser alle durch. Checken, ob... Ich kann den Namen nicht refuelen, in die komischerweise. Also auch hier. Scrap-Metal. Müssen wir hier nochmal looten, oder? Wo wir jetzt gerade schon mal hier sind, würde ich sagen. Ja genau, hier looten wir einfach. Und dann werden wir unten zum Hafen nochmal. Wenn wir kein Scrap-Metal finden, gehen wir nochmal zum Hafen. Und dann können wir auch da direkt die Jericams nochmal auffüllen. Hast du deine dabei? Meine Jerican habe ich dabei, ja. Ja gut. Dann lass uns das tun. Ich muss aber was essen vorher kurz. Ich habe fast nichts mehr zu essen. Wenn wir wild finden, müssen wir auch ein bisschen wild jagen gehen. Bist du bereit? Jetzt ist einer hier an der Treppe. An der Leiter? Ja. Ja, ich gehe sowieso mal kurz pissen. Ich mache kurz Aufnahme, top. Dann bin ich sofort wieder da. Mach's gleich. Den hab ich jetzt. Und da andersrum. Ich bin hepsst so. Ich bin. Überrasch��. Ich bin. Ich bin. Mach's. Ich bin.